Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Transport Fever Season 2 Folge 10 mittlerweile und wir haben ja letztes mal hier das Treibstoff die Treibstoff Firma hier angeschlossen die produziert mittlerweile schon vier Einheiten hier oben werden 30 produziert das ist schon mal sehr schön so was machen die Linien sind alle okay wenn ich das richtig sehe jawohl dann bräuchten wir hier oben da oben mache ich dann auch mal eine Busspur rein ich hoffe das geht überall jawohl sehr schön so kann man die hier auch rein machen na okay jetzt zu groß alles klar lassen wir es mal so wie sieht es denn hier aus da fühlen sie ja gleich und dann geht er hier rüber da könnten wir im Grunde dann auch sagen dass wir hier Duschuhren rein machen ja sehr schön Achtweilige hier staut sichs kann es sein dass Linie 3 zu viele Busse hat 26 Sekunden ist schon viel das Problem ist halt dass die alle voll sind aber mal kurz überlegen wenn wir das abreißen Moment wenn ich sozusagen hier den Schnitt mache wäre gesagt in die Richtung so dann reißen wir das ab Entschuldigung und dann machen wir diesen Filter rein und zwar mit Large alles denn das Sidewalk Open genau dann schließen wir nämlich Moment achso ich kann da jetzt nicht filtern mit den Autos oder Sidewalk oder Cargo Passagiere oder Nein Ich möchte hier nur Passagiere und da nur Passagiere und da alle so wie verhalten sich die Linien eigentlich so wie sie sollen sehr schön so was ist wenn ich hier auch noch Busspur raus mache geht ihr mir dann komplett rüber so wie es aussieht nicht auf die Linie 4 warten auch so viele Okay, die können irgendwie ineinander fahren, das juckt die wenig. Okay, wenn sich da keine Veränderungen tut, dann lasse ich das mal so. Das wäre dann aber auf dem Kompletten. Dann wäre da alles weg, na, das ist, ne, das möchte ich nicht, ich kann den Stau nicht mit ansehen. Das ist mit Linie 4, können wir hier mal sagen, ins Depot. Er macht auch kaum noch Plus. Ah, dann setzen wir mal die mal kurz alle, jawoll. Halt, ich will da nicht klingeln. So, damit wir da mehr Passagiere drauflegen. Dass wir dann schlussendlich mehr Geld bekommen. Wieso wartet der da so lang? Unbeschränkt. Okay, tun wir es mal auf unbeschränkt. Die haben auch schon ihr Alter erreicht. Dann gehen wir mal kurz da rein. Fahrzeugersatz 100% ein. So, wie sieht es dann allgemein mit den Fahrzeugen aus? Okay, Linie 4. Dann kommt auch schon der Zug der 16. Dann kommt komplett Linie 3, Linie 7, Linie 2. Okay, das andere geht noch einigermaßen. Aber hier in Großbottwar ist schon ziemlich viel los. So, wo haben wir denn am meisten? Großbottwar ist schon unsere zweitgrößte Stadt. Davor kommt Sangerhausen. Ne, Sangerhausen ist ja hier. Wieso wachsen denn die beiden nicht? Hm, komisch. Hier hat man auch nochmal Treibstoffe und da auch. Das ist ja... Da auch nochmal! Okay... Wollen wir mal kurz speichern. So. Am liebsten würde ich ja jetzt den nächsten Zug bauen. Und vielleicht ein weiteres Gut in die Städte bringen. Ähm... Was wäre denn das Einfachste? Immer noch Lebensmittel. Puh, was ist denn das Einfachste, liebe Leute? Wollen wir hier Kies? Mäh... Stein, nicht Kies. Hm, bisschen blöd. Bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Hier hätten wir auch nochmal das und das. Hier hätten wir Kohle. Und wo hätten wir Eisen? Eisen. Dann... Das ist gerade alles ein bisschen blöd. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Oh, hier hätten wir Stein und Baumaterialien. Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Dann könnten wir hier einen Güterbahnhof hinbauen. Ein Durchgangs-Güterbahnhof. Anzahl Gleise 4. Machen wir mal 200 Meter. Oder machen wir mal 240 Meter. So, dann schließen wir hier mal an. Das ist die Ausrichtung etwa. Ja. Oh. Terminals sind nicht richtig verbunden. Das heißt jetzt... Hm. Ich hoffe das geht trotzdem. Hier reicht natürlich ein... Zweigleisiger. Dann machen wir einen zweiten Straßenanschluss. Der sozusagen dann dazu führt, dass wir hier unseren Bahnhof anschließen können. Aber ich möchte das natürlich hier, wie ihr mich schon kennt, gerade haben. So, schließen wir den hier an. Und führen das Ganze hier mal her aus. So, schließen wir den hier an. Am besten eben bitte. Am besten eben bitte. So. Machen wir hier eine rund. Ja, 80 reicht auch. Hallo. Hm. Geht nicht. Okay. Warum nicht? Hallo. Da machen wir halt 79 ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ach Gott, die ist egal, alles sind verfügbar. Oje. Jut. Warum habe ich die eigentlich mit reingenommen? Naja. Also. Bauen wir einfach mal da so und dann machen wir hier eine schöne... Äh, wo ist das? Hä? Wo ist jetzt zwei Debatten? Das sind doch normalerweise drei. Hä? Wo ist der Button hin? Hallo? Spiel? Ich möchte einen Bug melden? What the fuck? Was ist da denn passiert? Ja komm, stellen wir die normalen hier auf... So, einmal hoch muss aufweichen. So, einmal hoch muss aufweichen. Was sind denn die Höhen bitte? 152? 155? Also können wir hier auf eben gehen. Also können wir hier auf eben gehen. aufhören. Und jetzt. Und jetzt.